Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, heute tatsächlich mal einen Samstag und ich dachte mir, lasst uns doch heute mal gemeinsam über Legacy of Destruction so ein bisschen sprechen, denn das dauert ja auch nicht mehr ganz so lang, bis dieses Produkt bei uns erscheint und im Zuge dessen erscheinen dann natürlich einige Meta-Contender, die in Zukunft sicherlich das Meta-Game nochmal durcheinanderwirbeln können. Da sind wirklich sehr interessante neue Decks dabei oder auch neue Engines dabei und genau über die möchte ich mit euch heute mal sprechen, was meiner Meinung nach das größte Potenzial hat tatsächlich Meta-Contender zu sein. Ihr könnt sehr gerne eure Meinung zu den genannten Themen und Karten in die Kommentare schreiben. Würde mich super interessieren, was ihr sagt, was euer Highlight aus diesem Produkt ist, worauf freut ihr euch am meisten und worauf habt ihr Bock zu spielen. Also schreibt einfach, worauf ihr Bock habt zu zocken von diesen Legacy of Destruction Themen, vielleicht ist auch gar nichts davon dabei, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne schreiben. Lasst ansonsten noch fetten Supporter, würde ich mich riesig drüber freuen. Daumen nach oben, Abo gerne und natürlich wie gesagt eure Meinung, wir springen rüber auf Kart-Cluster. Dort habe ich einiges vorbereitet und natürlich, wenn man über Legacy of Destruction spricht, dann wird man zwangsläufig an den ganzen U-Bell-Karten nicht vorbeikommen, denn die bekommen ja eine sehr starke Field-Spell. Habe ich ja auch im letzten Video schon mal kurz thematisiert, wo es über Field-Spells ging, könnt ihr sehr gerne auch nochmal vorbeischauen. Und die Karte ist halt einfach nochmal ein Searcher, was für dieses Deck enorm wichtig ist, aber gleichzeitig natürlich auch eine Karte, die in anderen Decks genutzt werden kann, wie zum Beispiel Unchained. Kommen wir aber gleich nochmal zu und man kann natürlich auch theoretisch den neuen Extender suchen von dem Deck. Also generell, ich möchte jetzt heute nicht in die Tiefe gehen, wir werden relativ oberflächlich über die Decks drüber gehen, ansonsten würde das Video den Rahmen sprengen. Und auf jeden Fall die Karte nochmal ein netter Extender und kann auch Ressourcen letztendlich auf ihre eigene Art irgendwo nochmal recyceln. Und die anderen alten U-Bell-Karten, was heißt so alt sind die ja auch nicht, die im letzten Hauptzeit erschienen sind, das war ja dann hier Phantom Nightmare, die sind dann natürlich jetzt endlich einsatzbereit und man kann das wirklich zusammen spielen. Gerade die Trap hier wirklich sehr, sehr stark durch ihren wirklich sehr, sehr guten Fusionseffekt. Also ich denke, dass U-Bell da schon auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Und man kann damit natürlich auch Karten suchen, wie das finstere Lockendes Ungeheuer. Das ist natürlich eine sehr starke Karte, die euch dann quasi zwei Normal Summons gibt, zumindest von diesen Viechern hier. Und das allein ist dann zum Beispiel schon mal eine Yama, was auf jeden Fall für das Deck auch wieder sehr gut ist, weil damit kann man dann in eine andere Engine bridgen oder man sucht sich selber noch ein Engine Piece. Also durchaus sehr, sehr gut und Geist von U-Bell war ja auch noch eine der neueren Karten, die wirklich auch sehr gut ist. Aber da könnte ich euch jetzt noch viele weitere Beispiele zeigen. Also falls euch das Themendeck interessiert, schaut auf Kartblaste gerne mal vorbei. Gebt einfach U-Bell ein und da könnt ihr euch alle Karten nochmal in Ruhe durchlesen. Und wie eben schon angesprochen, es gibt hier natürlich die Bridge zu Unchained. Und ich denke, Yama ist da halt perfekt geschrieben für jedes Deck, was Unterwäldler benutzen möchte. Und demzufolge funktioniert das eben hier auch ganz gut. Deswegen denke ich, werden wir viel Spaß damit haben. Und mein Take ist so ein bisschen, ich glaube, dass U-Bell tatsächlich gar nicht so ein Ding wird. Ich glaube eher, dass Unchained da deutlich interessanter wird mit ein paar U-Bell Karten. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, läuft das darauf hinaus, dass es dann nur der Feeds-Feld ist, den man spielt. Und halt dann einmal das Ungeheuer, was wir uns eben schon mal angeschaut haben. Ich muss mal kurz gucken, ob ich es nochmal finde. Ja, genau hier das. Dass die beiden dann in Kombination gespielt werden, weil je nachdem, wie häufig man die Kartenratios dann auch spielt, sind das dann halt 6 bis 7 Normal Summons, die das Deck spielen kann, die einfach ein ordentlicher Consistency-Push dafür sind. Und das nächste Deck, was ich euch so ein bisschen vorstellen möchte, wer sich das nochmal ausführlicher anschauen möchte, ich habe ein komplett eigenes Video zu Tenpai gemacht, auch zu der Kombo mit den 37.400 Damage. Ich denke, dass Tenpai-Dragon durchaus auch einer der Top-Contender sein wird. Ich habe das Deck jetzt gut ein bis zwei Wochen schon ein bisschen angetestet. Und ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, weil das wirklich leicht auszukontern ist, weil es ja wirklich viele Karten gibt, die dieses Deck bremsen, die die Battle-Face beenden. Oder auch Hand-Trips wie ein Battle-Fader, Waboku zum Beispiel, du bekommst keinen Kampfschein. Da gibt es super viele Counter-Optionen, aber nicht oder trotz dessen, muss ich sagen, performt dieses Deck besser, als ich gedacht habe. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen von der Bandlist abhängt, wie gut dieses Deck am Ende tatsächlich sein wird. Ich denke, es hat ordentlich Potenzial, weil es macht tatsächlich Gong-First auch mehr, als ich zunächst angenommen habe. Also da kriegt man durchaus drei bis vier Interruptions gelegt. Das heißt, wenn man dieses Deck dann einfach mal First schickt, damit ist es dann eigentlich auch nicht getan. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das seinen Weg finden wird. Ist natürlich, wie gesagt, ein reines OTK-Deck, aber habt natürlich auch die Applikation für Gong-First. Und eine unfaire Karte hat das Deck natürlich auch, denn wenn das Ding hier synchro beschworen wird, dann kann der Gegner halt keine Karten oder Fakte mehr in der Battle-Face aktivieren. So Sachen sind dann meistens ziemlich unfair. Und natürlich die Feedspell, über die haben wir natürlich im letzten Video auch schon gesprochen, die dann noch den Unfacted-Part mit drin hat. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, wenn wir schon drüber sprechen, die Gute ist hier gemeint. Und ja, deswegen denke ich natürlich auch, dass die Tenpai-Dragons ordentlich oben mitmischen werden. Und dann haben wir natürlich auch noch Raika. Haben wir auch noch nicht wirklich viel drüber gesprochen. Aber ich denke auch, dass Raika durchaus sehr großes Potenzial hat. Habe ich auch schon ein bisschen geplaytestet. Noch nicht so intensiv wie jetzt andere Decks. Aber im Endeffekt müsst ihr euch diese Karte so ein bisschen vorstellen. Oder generell diese Engine, wie die Diabels der Engine. Denn dieses Monster hier, wo ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht, der ist quasi die Witch. Specialt sich eben auch durch einen ähnlichen Effekt. Und kann dann nochmal zwei Karten suchen, was wirklich sehr stark ist. Und das ist halt ein ordentlicher Boost für alle Decks, die Pflanzen, Insekten und Reptilienmonster nutzen können. Also eher realistisch, Insekten und Pflanzen. Ich zeige euch gleich nochmal zwei Decks, wo ich mir das gut vorstellen kann. Und wo das auch ganz gut funktioniert. Und dann gibt es halt noch die passende Spell dazu. Das ist dann quasi die Wanted. Also ist natürlich keine Quickplay. Aber nur um es euch, denke ich, zu verdeutlichen, wie es funktioniert. Die kann entweder nochmal was specialen. Oder die sucht noch was und hat noch halt nette Bonus-Effekte. Dass Karten gepusht werden und so weiter und so fort. Ich denke, das reicht im Groben, um euch das näher zu bringen. Und dann haben die natürlich auch noch ein paar Link-Monster. Ja, die wirklich auch nicht schlecht sind. Die sich theoretisch auch immer wieder vom Friedhof recyceln können. Selber specialen können. Oder selber nochmal Monster Reborn können. Wie jetzt zum Beispiel dieser hier. Und dann gibt es auch noch den Grünen. Die Namen, die sparen wir uns hier. Der zum Beispiel, der ist einfach der Searcher letztendlich für die Trap. Die wirklich auch nicht schlecht ist. Weil mit der Trap kann man mehrere Karten nochmal des Gegners schießen. Wenn man dann die Restrictions und so weiter erfüllt. Lest euch das gerne nochmal in Ruhe durch. Wie gesagt, wir gehen da heute nur grob drüber. Aber die Engine alleine machte halt über eine One-Cut-Kombo doch deutlich oder sehr viel. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch das große Boss-Monster, den Link-Fünfer. Der ist dann auch nochmal ein Doppelpop, wenn der Gegner was vom Deck oder Extra-Deck specialt. Und das muss man sich dann halt quasi in der Kombination vorstellen. Das heißt, man hat realistisch liegen die Trap, den hier natürlich und noch eine andere Engine. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass man das mit Naturia zusammenspielt. Ich habe mir da einige Videos so angeschaut. Habe es auch schon ein bisschen getestet. Ist tatsächlich auch nicht schlecht. Kann man auch mit Lonefire und so spielen, um das Ganze noch ein bisschen konstanter zu machen. Man kann auch Small World drinnen spielen. Nur ist das Deck halt wirklich sehr anfällig. Vielleicht findet man den Weg, dass man das Ganze auch noch mit Runic kombiniert. Aber ich denke, Naturia overall ist schon mal keine schlechte Engine für die Raikas. Aber, was natürlich noch deutlich besser funktioniert, wer hätte es gedacht, sind natürlich mal wieder Rika. Also generell, ihr könnt einen riesen Pflanzenhaufen spielen am Ende. Und ich glaube, dass dieses Deck dadurch schon nochmal einen ordentlichen Boost bekommt. Dann stellt euch mal vor, das ist wie Fire King, das Deck die ganze Zeit und bekommt jetzt on top noch so eine Wanted Engine bzw. Diabellster Engine obendrauf. Deswegen, ich glaube, Rika kann da durchaus auch wieder eine sehr große Rolle spielen. Deswegen Raika, Rika und Naturia wirklich sehr, sehr gute Engines. Und jetzt für den einen oder anderen vielleicht tatsächlich ein bisschen überraschend. Ich habe mir auch die neuen Melodius-Sachen angeschaut. Generell, diese neuen Melodius-Kram kann man auch als Engine super spielen. Aber ich finde das Deck als solches gar nicht schlecht. Denn das Deck hat super viel Platz für Non-Engine. Das kann Herald of the Orange Light auch spielen tatsächlich, weil das alles Fairies sind. Und die neuen Karten, die bringen halt eine Menge mit. Das heißt, wir haben Extender, wir haben Searcher, wir haben eigentlich all das, was dem Deck noch so ein bisschen gefehlt hat. Und vor allem auch sehr, sehr gute Fusionsmonster. Und vor allem auch Fusionsmonster, wenn sie das Spielfeld verlassen, zum Beispiel durch Nibiru. Dann können sie nochmal wieder was vom Friedhof zurückspecialen, was wirklich nicht schlecht ist. Und dann haben wir theoretisch auch nochmal den MVP, der nochmal Karten vom Gegner bouncen kann für die Anzahl der Melodius-Monster bis zur Endphase und so fort. Also man kann seine Sachen bis zur Endphase banischen quasi und bouncen dann vom Gegner dieselbe Anzahl. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ich glaube, realistisch sind hier eher so zwei bis drei Bounces dann. Was nur ein bisschen blöd ist, bei der ganzen Sache ist, dass man das jetzt nicht irgendwie verteilen kann. Man muss das auf einmal nutzen. Das heißt, das ist schon relativ gut zu countern. Nichtsdestotrotz tatsächlich müssen wir mal wieder über ein Pendeldeck sprechen. Was ich nicht schlecht finde, was vor allem auch an alten Karten liegt, wie zum Beispiel hier Solo aus dem ersten Satz, ist eine Karte, die lockt einen in musikalisch Monster. Dafür kann man damit in musikalisch Monster von Hand oder Deck specialen, was wirklich sehr gut ist. Und ich denke, jedes Deck, was so etwas hat, hat es verdient auf jeden Fall, dass man darüber spricht. Und vor allem hat die Karte theoretisch auch noch ihr eigener Branded Fusion. Denn das ist diese Karte und man kann dafür Monster von Hand oder Deck als Fusionsmaterial verwenden, was wirklich auch sehr stark ist. Also ist quasi wirklich basically Branded Fusion für dieses Deckthema. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Melodius im OZG aktuell so im Tier 2 Bereich unterwegs. Vielleicht bei uns sogar ein Ticken besser, müssen wir mal schauen. Aber es gibt auch hier tatsächlich einige Counter-Optionen für das Deck. Dann müssen wir natürlich auch über den neuen Illusion Support sprechen, der wirklich auch sehr gut ist für Chimera. Das ist Nightmare Apprentice. Und im Endeffekt ist die auch so ein bisschen eine Dark Witch für Illusion Monster. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen kann. Die sucht euch halt einen Illusion Monster vom Deck auf die Hand und kann sich selber specialen, indem eine Karte gediscardet wird. Also wirklich auch eine sehr gute Karte. Bin ich auch gespannt. Das Problem, was ich nur so ein bisschen damit sehe, ist, es macht dieses Deck nicht wirklich besser. Zu der kommen wir gleich. Es macht dieses Deck nicht wirklich besser. Es löst nicht die Probleme des Decks. Drone and Lockbird ist natürlich nach wie vor so ein Ding bei dem Deck. Und natürlich die Barrier, was natürlich bei jedem Fusionsdeck ein Problem ist. Deswegen weiß ich nur nicht, was ich von diesem Deck halten soll. Schlecht wird es aber dennoch nicht. Und ich habe euch gerade schon ein bisschen gespoilert. Wir haben natürlich auch Diabels of the Original Sin. Auch eine Illusion Karte, die tatsächlich eher in diesem Deckthema hier gespielt werden wird, als ein Diabels da selber, weil sie da halt einfach deutlich besser aufs Feld zu bekommen ist. Natürlich, Diabels da kann die auch spielen, weiß ich aber noch nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht. Weil das Deck kann quasi diese Karte auf einen anderen Weg rauscheaten, weil sie halt ein Illusion Monster ist. Und die Karte sagt ihr, dass Spell oder Trap Cards erst aktiviert werden können, wenn sie gesetzt wurden. Und wenn das gesetzt wird, dann könnt ihr mit dieser Karte dann direkt wieder was schießen. Das ist nochmal eine ganz nette Interaktion. Das sind so viele kleine Effekte, die dann aufeinander aufbauen, die das Deck dann doch nicht schlecht machen. Und ich denke, dass diese Karte hier als One-Hoff in diesem Deck vollkommen ausreichend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich dann auch durchsetzt. Schlecht ist er auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das in Kombination mit den ganzen anderen Branded Chimera Karten oder beziehungsweise Chimera Karten ist natürlich, denke ich, trotzdem ernst zu nehmen. Und natürlich, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, wir haben natürlich auch Branded, kann man natürlich nach wie vor als Engine da drin spielen. Man kann auch Dragoon und so damit machen. Also man ist da wirklich sehr flexibel und frei mit dem, was man tun kann. Und man kann tatsächlich in diesem Deck auch noch einen Lock machen. Den kann man aber jetzt schon eine ganze Weile spielen. Über die Barrierenstatue des Abgrunds. Ziemlich eklig das Ganze, wenn man es abbekommt. Aber ich glaube, wir sind ja mittlerweile Locks aus der Vergangenheit schon gewöhnt. Und ja, das soll es, denke ich, im Großen und Ganzen erstmal gewesen sein zu den Decks, die ich euch vorstellen wollte, möchte. Man könnte hier natürlich jetzt noch eine Vielzahl von weiteren Decks erwähnen, wie zum Beispiel Voiceless bekommt Support. Allerdings ist das jetzt in meinen Augen nicht so, dass das Deck dadurch viel besser wird. Das ist sowieso schon ein gutes Deck, das sollte jedem klar sein. Auch Centurion bekommt nochmal Support und viele andere Sachen auch. Wir werden sowieso in den nächsten Tagen, denke ich, nochmal uns ein Video, oder ich werde ein Video dazu machen, zu den Top-Karten aus Legacy of Destruction. Dann können wir uns das auch in Ruhe nochmal anschauen. Aber falls ich was vergessen habe, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.